So, und da sind wir auch schon in der Runde. Es geht los. Da ist direkt die erste Runde. Geil, der erste ist schon mal direkt rausgegangen. Direkt die erste Runde im Post-Store war mal sowas in meine Tasks. Ich muss hin zur Navigation gehen. Jetzt muss ich zur Storage gehen. Jetzt gehe ich zur Storage, gehe jetzt hier hin. Nice, der nächste ist auch schon wieder raus. Mach ich mal. Ey, sie lässt einfach alle die Runde. Die Fresse. Ey, ich hau direkt den da raus. Komm, Cora. Nigga. Wolltest du auch mal? Immer diese ewig langen Leute. Jetzt, wie ich es auch hier im Video-Tock warten muss. Nein. Ich bin alleine. So. What? Okay. 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 I saw him went was alter das war close zumal ist dass er sich postet in es fehlen noch zwei leute müssen raus hoch jetzt hast du nicht mehr ein ey Digga, wen macht ihr jetzt? ey, ich will jetzt mal wassack hey, warum ich? ich hab doch ey, komm Imposter Wars ey, er leistet für den Satz so, es waren noch zwei übrig ne, drei play again so, dann gehen wir mal in die nächste Runde rein sieben von zehn komm, einer fehlt noch und start und let's go in die zweite Runde ja, gut, das war jetzt klar ey ok jös dann 1.1 hat so hat got hurt ich sehe jetzt schon und hier ist ja auch hier ist er wo er wird gemacht flixer navigation Was war das da oben nochmal? Das war irgendwas. Komm, ey, wenn ich gleich rausfliege, ey, das wäre traurig. So, no one is ejected, es gibt. Upload, komm. Mach, Upload, mach, Upload, 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 Upload. Electrical. Oh, Electrical ist natürlich immer ganz, ganz schlimm. Vor allem alleine ist Electrical. Bahu, nein. Too slow, too slow, geht auch. Dann gehe ich jetzt Electrical. Und Use. Ey, Digga, die Hälfte läuft dann einfach raus. Na komm, eine Runde geht noch. Eine andere Netzone geht noch. Nein, ich drehe nicht durch. Oh, wir haben neues Mitgeleber Discord. Dann, ich grüße dir einfach mal jetzt live, falls du mein Video-Regime jetzt guckt. Dann grüße ich, Kirin, äh, Kirin Blitz. Freut mich, dass du ein Mitglied der Community bist. Ne, ich mach dir nicht auf Short. Vergiss das. Du musst ja bei mir nicht rein schauen. Hey, die ganze Dorn, ey, wenn ich nicht gut bin. Ich sehe ja schon, wie so sehr, wenn ich nicht gut bin. Und ich gehe zu. So Korra Under Admin I came from Cafeteria to Admin Wer war's glaub ich Ne ich denk es war eigentlich eher jemand anders Da mach ich auch Skip Komm schon Zwei Leute für Ach da muss ich ganzes ach Korra has voted Ja If her vote Boah ich weiß gar nicht Ich glaub ich bin mit Chris hier so gelaufen Das ist jetzt die Frage Hallo mach doch mal die Augen auf Geht doch Ey zwei Tas in Electrical Also wenn ich aus Electrical high rauskomme Ich glaub bis jetzt hat noch niemand Electrical überlebt Ich muss nur noch rauskomme Ich muss nur noch rauskomme Ich muss nur noch rauskomme Ich bin einfach heil aus dem Ding rausgekommen Ey ich renne jetzt nicht alleine da rein Ich werde jetzt selbst gleich verdächtigt weil ich nichts gemacht hab Zack 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 Reaktor Ach Reaktor ist da ganz hinten Oh das könnte Wun werden Wenn ich mir mal angucken wieviel tat Drei Leute sind tot Security Security Okay Admin Das könnte ich mir mal angucken wieviel tat Na gut äh ich Wo liegt das überhaupt Security das war doch Da unten oder Ach die hat doch mal auf alle zu left hand ey Ah Ach die hat doch mal auf alle zu left hand das ist noch 245 kills machen ich wüsste nicht was da ist das müssen wir eigentlich schaffen also mir fehlt ja noch eine task hey Mr. Korn übergeht das Server online ach ja das frage ich mich ey die gar man könnte ja auch mal Voten com no name com no name und war sie was not reaktor startlektor also christi ich glaube es ist christi ich glaube es ist christi es ist so gleich christi 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 ja komm gut ich glaube da habe ich bis jetzt jede runde im among us verloren wenn es euch gefallen hat dann das doch gerne ein like da ein abo und aktiviert die glocke und ich würde sagen wir sehen uns im nächsten video wieder ciao leute